hey mein lieben haus flippers und willkommen zurück zur nächsten folge ich habe ein bisschen wieder euch was erspart ich habe hier die band fließen gelegt die boden fließen gelegt ich habe das fenster hier ein betoniert jetzt machen wir hier das badezimmer badewanne ich nehme die hier dass wir die badewanne hier und das jetzt bisschen warte mal und lette badewanne weil ich irgendeine button er dies wie zu groß ich glaube die passt am besten na komm augen 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 auch das fertig machen badewanne toilette war einfach mal die die treueste die wir ausgeben können ist zwar nicht ganz schön aber würde uns ja nicht stören fertig ist die toilette und waschbecken waschbecken waren hier oder waschbecken und die hier ich hoffe die passen nebeneinander noch eine damit ich mit gleich zwei mutieren montieren habe ich mutieren sondern montieren und das hier welche spielen nochmal pack 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 heizung ja nicht viel verändern und dann haben wir das ball zimmer erledigt ganz wiege wie viel spiegel brauchen wir denn einen kann ich für die wasch ist reden jawohl ich wahrscheinlich bei der beide hier nochmals so über papier rolle machen wir mal spricht es ist schon ein bisschen gemein du musst ja wirklich so nicht ändern wenn da die wenn ihr da die toilette hin sollt dann kommt die toilette da auch hin wäschekorb hier der auftrag ist noch nicht beendet so jetzt kommen wir zur katze würde ich mal behaupten oder zu sein immer was chill out in your man cave also männerhöhle irgendwo noch mit der skateboard erstmal kaputt hauen verkaufen wahrscheinlich alles hier verkaufen das war reinigen hier eine heizung hierhin bauen oder eine heizung paket laminat hell ok dann machen wir es halt von da oben laminat mache ich nur 1234 immer sagen wir fangen wir bei der tür an ja die katze ist im gegenraum die hat uns glaube ich schon gewittert man sieht es hier auf dem auf der karte gelbe foto und das wird also seine männerhöhle da wird er sich wirklich richtig darauf freuen da bin mir sogar sicher wenn es dann muss ich wahrscheinlich auch noch reinigen ich brauche ein bisschen noch was von dem und die zwei jetzt gerade nicht aber gut drei stück erst mal schauen und dann habe ich da noch was in hand als fenster reinigen wenn sie noch mal eins fenster nummer zwei fenster nummer drei machen kann ich es nicht hier irgendwie mittig hat in der heizung hier drin war jetzt gerade richtig gelesen doppelbett ja gut bitteschön ist wahrscheinlich riesen jetzt schwören können dass ich unser telefon gehört hätte das war mein orfen hier öffnen ok ok das regal ja ja so achte ich muss zwei kaufen wenn ich auch hier entstehen ja das war's mit der männerbude glaube ich ich meine wer ruft denn bitte schon um halb zwei früh an entweder habe ich ein guide will ich mir das nur ein oder hat wirklich immer gerade angerufen freunde das für die katze oder ist das für ein hund hund steht da das wird jetzt auch jetzt schon beendet na du reichen grafik hat mein auftritt jetzt komplett hier habe ich alles erledigt recht gehen wir hier rein erledigt erledigt irgendwo habe ich hier was übersehen hier wahrscheinlich das ist auch erledigt erst alles erledigt vielleicht noch ok hier ist nichts im garten alles erledigt ich denke mal der auftritt ist erfüllt anscheinend ja 82 auftrags erledigt ja ok was sollte noch machen bleiben hier nochmal komplett durch entweder ist das ein bug oder ich bin doof oder beides die katze soll ich ja nicht rauslassen hat er gesagt ja zur not muss ich ja die katze rauslassen anscheinend so 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 jetzt jetzt ein auch süß oder was was keine ahnung was ich mir machen soll hier der schnitt freunde so also wir haben eigentlich alles erledigt was der typ uns gesagt hat ich außer vielleicht ist hier noch was oh bingo und Untertitelung des ZDF, 2020 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 gut was hier abgehakt boden abgehakt was ist das? ach lichterketten das ist witzig ok wuuu alter ganz schön hell ach das soll hier ernsthaft auf dem dach oben bildiert spielen hier ist klar mach mal hier könnt ihr euch buckeln beim bildiert spielen ich bin gemein ich weiß ofer dunkel da würde ich mal sagen hier gegenüber ja sicher ihr macht so fette lichterketten rein weiß trotzdem müssen wir da übertreib halt hier bitte muss hier der lichtschalter vielleicht muss ich noch hin machen also man kann es auch übertreiben wo soll ich den lichtschalter hin machen? hier wow ja viel spaß beim buckeln kann mich nicht mal hin buckeln oder? äh? ja hier krass ja ok dann beim billiard was ich mal hin pause machen kann vom billiardspielen hier bitte schlechteste idee was man haben kann einen billiard rauben oben bei einem sehr kleinen dachboden reinzubauen ganz dumme idee ja oder ja klar jetzt kommt der vierte steherunanlage die haue ich am besten hier hin also im fernseher oh ok wenn du mir was sagst wo das hundegehege hinkommen soll wir freuen mich halt immer sagen machen wir mal er hat das stelle ich jetzt einfach mittendrin hierhin aber nachher dass man den fernseher und einfach mal ich bitte kommt ja hier jetzt hundegehege bastel wozu braucht man hier oben ein hundegehege es kommt passt hier nicht hin gut ihr wollt es haben was aus meines sicht keinen sinn macht wenn ihr damit zufrieden seid ich habe ich außer sehen meinen hund hier mit eingesperrt das kann man auch zu machen ja schon mal zu dass wir zu erfunden dann war es das mit diesem auftrag der weiß nicht so groß wie ich mir vorgestellt habe weil auftrag erfüllt dann würde ich mal sagen bis zur nächsten folge tschuldigung 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 Untertitelung des ZDF, 2020